Kevin, das wäre jetzt mal deine Chance. Ja, die wurde mir ja gerade genommen. Ich habe das Ding gewonnen, wenn Marco sich am Ende noch gekühlt hätte. Ich habe noch gesehen, aber wie gesagt, heute darf ich nicht. Heute darf ich nicht. Das ist halt ein gescheiteter Tag, ne? Das Spiel tut heute gerade alles zu sagen, nach der Motto, du gewinnt es heute gar nicht. Jetzt müsste ich hier erst mal auf der Karte orientieren, wo du hier bist, was du machst, dass es geht. Du kriegst hier unten gar nicht. Es läuft nur im Kreis. Garantiert, glaube ich jetzt irgendwo hoch. Kommt dann Marcus um die Ecke. Garantiert hat er schon zwei Gebiete. Aua. Du redest von Marcus kommt um die Ecke und er kommt um die Ecke. Wie geht der? Kommt wirklich um die Ecke. Nicht deins, Baby. Nicht deins. Das hast du davon, dass du mich erschossen hast. Das geschieht dir ganz recht. Nein. Nein. Au. Au. Hier siehst du gar nicht, weil das Wetter scheiße ist. Die Fürste, die jedes Mal am Rand gespawnt ist, ist ja verwerst. Es ist nicht wahr. Ist doch. Es ist zum Kotzen, da wirst du sogar noch Punkte abgezogen fänden, dass du da runterfällst, ey. Pass auf, wenn du selbst voll begegst, dass du da... Hey, was ist jetzt los? Ja, ne, ich... Meiner hat gerade gar nichts gemacht. Ich brauche diesmal den letzten. Das ist zum Kotzen, weißt du, Baby fällt runter, ich fäll' voll abgelenkt, der nächste kommt um die Ecke geholtste, ey. Dann brauch ichition. Ach, configuration! Ich fahne... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh Oh Siehst du wohin? Da ist er! Ich habe doch gehört, wo was ist. Oder doch wer kommt. Natürlich nicht. Du sprichst ein Balkon mit einem Kleid und... Und stirb mal. Bäh! Aber ich habe dich auch noch mitgekriegt. Das klingt mir auch gut. Ich habe dich doch mitgekriegt. Man! Ja! Man! das war eine schöne serie ich habe auf dich fixieren weil ich dich im rücken gesehen hatte ich habe dich im rücken gesehen dass die werte kann man jetzt gar nicht auf dem schirm aber ich glaube dass ich noch morgen verrenzt du mir vor die blinde aber das ist aber das ist genau das was ich beide die ganze zeit das wird er vor mir steht das sieht mein charakter das nicht der schießt lieber halt irgendwo in die sonne oder ein motor dabei mensch kevin könnt ihr mal aufhören die ganze ist er da ganz oben auf dem dach und wenn man ein punkt weg das ist ein potzen zum beispiel anruhe weil mein weg steckt das bist du du bist meins da war wieder dieser scheiß morkel da kommt eine baby aber das ist mein punkt das war nicht erwackelt das war ich glaube ich zumindest bist du auf der witt dann hör auf mir das zeigte kleine spinner dann darf ich es ja machen also ich muss was auch das level ist irgendwie nicht so gut gut ja nur jetzt hat man halt mal dieses gute beispiel dafür vorne hieß es die mette ist zu klein jetzt ein bisschen größer sagt es halt weißt du das ist halt nö das zu klein ist nie das problem das problem ist dass du hier nicht siehst so klein ist nicht das problem ich muss auch mit kevin auskommen weißt du deswegen ist die größe nicht entscheidend ich nehme mich mal mit weiter ich war letzter kerin aus der weise mal dass ich nicht jetzt bin ich gehe ganz kurz aufs klub nein doch bis gleich laufen lassen spät haben wir so wird den flur dann würde ich jetzt sagen dass wir den gleichen schluss machen ich würde das machen wir kommen wir machen wie eine runde machen wir noch jetzt mal 15 von 16 machen wir die eine runde noch dann haben wir die plan ist komplett durch dann auf so dann bricht stamm warte doch mal bitte ist ja eine minute hat doch und dann start automatisch dann kann ich nichts mehr ändern kundenkleber ja gut dann können wir ja ich habe gesagt wie back was das sind das ganze jetzt wieder na was wohl so was wieder letzte runde dann haben wir das komplett durchgeführt vier stunden vier stunden so ja ja von der drei wo wir sind also was das natürlich ist auch diese fahrt ist ja die aus dem orange sich aus dass er das ding verrostet noch drüber geschossen hat ja lange gehalten hast du darfst du den morgens genauso wie du mein auto gesehen dass ich habe lust mich selber zu töten ich habe keine lust mit zu spielen das kennen wir schon warum auch immer der jetzt den die schritte nach vorne gegangen ist ja wieder dass die kann man an dem kaputt hat man gewinnen können ich darf ja nicht ich fahre auch voll rein genau das hat mir gedacht wo die rakete 0 ist ich habe damit gerecht dass du auf die andere seite schießt und dann naja ja okay Aber das war ein geiler Moment gerade, wir waren da, was macht er jetzt, was macht er jetzt? Nein, ach man, schade. Was sagt er, fach's besser aus? Ja, ich hab's gesehen. Hast du kein Messer oder sowas, was du wechseln kannst? Komm her, ja. So läuft's auch, wenn ich hinterher bin. Ich muss nicht für Kev ausweiten, los, komm her, ja. Nichts ausweiten, das ist mein Job. Die blonde Winschgott mir. Ich krieg dich doch, ich krieg dich doch. Nein! Oh, bleib die blöde Schlampe stehen! Dann versuch ich genau den Hintern. Das machen wir nicht. Na, wenn er Kev nicht runtergehobt, wär's besser gelaufen. Das hättest du sein Pausenbrot geklaut. Aber das war eben geil, ich häng noch ein, häng mich an das Auto fest, während du da runterfährst. Ja, ich hab eigentlich gehofft, dass du damit stirbst, aber ne, da bleibst du nicht an dieser Tür hängen, ne? So geil! Er hängt eben unser Leben, ne? Oh, Mann! Ach, das war nur ein bisschen mehr. Ach, das war nur ein bisschen mehr. Ach, ich hab das Kripp in den Augen. Ja, ich hab dir so viel vertraut, weißt du, du verkackstest sie da. Alter, was guckst du denn da runter? Wieso, der weiß ich, ne? Mein Charakter hat nur Lust, der wollte sprechen. Ich konnte mit dir nicht mehr aushalten. Ja, ich kann dich auch vorlassen. Boah! Nein, ich bin da! Bravo! Die Affe ist weg, so! Ich wollte eigentlich gerade schön aussteigen, aber ich hab doch falsch. Baby wieder als Affe erwischt. So muss es sein, meine Damen und Herren. Ich hab dich ja auch voll mit der Rakete getroffen, warum hat das denn nicht geklappt? Na, weil das der Insurgent ist. Mensch, das müsste doch wissen. Ey, wenn er Kevin jetzt lieber habst du. Sorgst, ja, da warst du zu tief. Ich... Boah, Alter! Was weil es mich runtergeschoben hat? Ich fand's mir nochmal verraten mitлейmend. 측ere dir. da hätte eigentlich tot sein müssen ist ja unten nein du hast mich mit runter geschoben das ist das problem ich dachte ja mit die darstellung aber ich stand komplett auf dem markus ich auch wenn er steht einfach nur im auto auf ich stand offenbar ist das habe ich nie begriffen damit so das ist aber schön dass du auf dem markus stand ja das ist ganz klar bei mir vorbei ich habe mich gerade noch so weg rollen können er stand komplett auf dich fixiert im rücken zu mir und ich bin nicht die erste dicks durchgeflogen und dann gar nicht mit runter geschossen ja gut guter kevin ich bin stolz dafür komme ich dann beim nächsten mal nur ein bikini für dich geil du kommst so weiter jetzt hier jetzt hat er mal das blut geweckt weißt du jetzt wieder das wissen ich lecke ganz bestimmt kein blut so einer bin ich nicht ja kein pirat hier ja ich lecke mich jetzt blutet ich muss sagen das level ist richtig schön du hast die möglichkeit hier auge in auge in den direkt grenzen von hinten kommt wieder morgens auf geht's das ist das machen wagen das war jetzt tatsächlich ist links der klemmt fest okay ja der stick der hat diese stellung nach rechts oben gehabt und deswegen ist mein charakter jetzt untergegangen da muss ich es halt jetzt alleine richten nach noch der eine liegt da also das markus liegt dort nein ah man sehr schön der erste weg ich komme jetzt baby ja das gibt sie ich gehe nochmal schnell winkeln die 60 wagen gleisen ja Jawoll! Aber voller nicht! Jawoll! Kevin, wie habt ihr es gemacht? Bist du stolz auf mich oder bist du stolz auf mich? Jawoll! Ab und an bin ich aber stolz auf dich. Ich fühle dich auf die Schulter geklopft. Danke mein Kudo. Jetzt willst du nur auf die Schulter klopfen und vor allem klang das noch anders. Das Handeln kommt privat. Das geht euch nicht an. Solche Details werden nicht in der Aufnahme gesagt. Es schauen auch Kinder zu. Und nachher dann so Kev, du hast vergessen das Mikrofon zu stimmen. Du hast vergessen das Mikrofon zu stimmen. Das Mikrofon ist wie beim Sex. Wenn ich fertig bin, ziehe ich raus. Aber erst wenn du fertig bist, okay. Ich schwitze. Das ist meine Einladung jetzt. Let's go! Komm, wir machen jetzt drei Heiz und dann gewinnen wir zumindest eine Runde. Dann darfst du aber jetzt nur wieder sterben. Fliegende Tanks. Hab ich euch bemerkt. Schieß mal drauf. Hey, hast du wohl eher, ne? Tschüss. Ja, war wieder was? Nein! Du hast nicht wirklich hier drauf geschossen, oder? Ich begleite das. Das war jetzt kein Baby. Das war ein Scherz. Baby, danke dir. Ausgleich die Gerechtigkeit. Ja, so. Und das ist wohl das. Oh, ich schätze. Vorte, Kevin, komm her. Wechsel das Auto. Hatten wir nicht letztens gesagt, wir wechseln nicht so auf das Auto. War vorher noch selber gewechselt. Bei Panto. Bei Panto. Bei Panto. Ich bin nicht bei einem Sergeant. Hatte ich nur das Pinky? Ja, nimm mal das Pinky. Was hast du vor? nach gleichzeitig den markus zweck nehmen ja weil wir die gegengekommen ist durchgefahren du darfst nie aussteigen wisst ihr ich komme meine ich komme es ist nicht gestorben doch das letzte spiel du hast gewonnen ich darf auch mal ich bin gerade beschäftigt kevin hat gewonnen ich bin beeindruckt ja trotzdem nur dritter aber egal schade das hätte ein bisschen mehr vorher sein können so manche spiele waren knapp wenn ich verdient verloren aber das war vorher die habe ich das jetzt welches war mit einem kill was knapp aber wir haben es geschafft hat sich mal die komplette spielerliste durchzuknallen wobei es beim klein wenn ich kümmere mich jetzt das wenn ja nächste woche hoffentlich wieder sollte passen von der zeit her müssen wir dann schauen ob du erst mal deine technik angriff kriegsseite ja der konnte es geht um die kontrolle mit dem kontroller vielleicht 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 wirklich erstmal an seiner stelle erstmal deine ganze technik noch ein bisschen durchchecken ja das braucht ein wein gebrauchten bisher jetzt ein bisschen zeit ich kriege jetzt immer noch geld und das ja weihnachtsgeld betreten und das sollte alles funktionieren so sollte ich halt jetzt mit der schreit jetzt mit der blotten stecke hier den untergang moment ich verabschiede mich mal schon mal aus der party ja ja dann auch wieder sehr bis zum nächsten mal geht ja so 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 so